Hallo, wir sind Steffi und Jörn und gemeinsam sind wir die Heilhelfer. In unserem Video erklären wir unseren Weg von Hypnose über Gruppenaufstellungen bis hin zu unserer eigenen Methode Soul Depealing, die dank der Wahrnehmung von Steffi entstanden ist und meiner Erfahrung aus der Vergangenheit mit anderen Methoden. Und über diesen Weg konnten wir schon tausenden von Menschen helfen, ganz besonders auch im Dualseelen-Seelenpartner-Prozess. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch ganz viel Spaß und Freude beim Anschauen des Videos wünschen. Vielen Dank.